Willkommen hier zu einem neuen Video von Selbstorientiert. Heute soll es mal um das Haus in der Dorotheenstraße gehen und dabei beschäftigen wir uns mit der Szene 1. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Das unterstützt den Kanal einfach riesig und ist super wichtig dafür, dass unser Kanal weiter wachsen kann. Ansonsten haben wir auch noch mal eine kleine Lernhilfe zu dem Thema auf Amazon veröffentlicht. Guckt einfach in den ersten Link in der Videobeschreibung. Jetzt würde ich sagen, let's go mit dem Video. Ja, zuvor, bevor wir das ganze Video jetzt starten, möchten wir uns noch mal riesig bei allen Abonnenten bedanken. Denn wir haben vor kurzem die 100 Abonnenten auf unserem Kanal geknackt. Dementsprechend vielen Dank für diesen Riesensupport. Wenn auch ihr uns weiter unterstützen wollt, lasst jetzt gerne ein Abo da. Das würde uns wirklich riesig unterstützen. Ansonsten wollen wir auch jetzt keine Zeit verschwenden und direkt in die Analyse der Szene 1 gehen. Wir haben bereits eine ausführliche Zusammenfassung des gesamten Buches veröffentlicht. Bereits eine kurze Zusammenfassung der gesamten Novelle veröffentlicht. Jetzt möchten wir die ganzen Szenen noch mal detaillierter analysieren. Dementsprechend, falls euch das Ganze interessiert, wünschen wir euch viel Spaß beim Video und wir legen jetzt los. Und zwar kann man die gesamte Szene, die ja sehr kurz ist, nur nicht mal drei Seiten geht in der Fassung von Diogenes, innerhalb von zwei Zeitsprüngen bzw. zwei Zeitabschnitten sehen. Zunächst haben wir die Beschreibung, also die beschreibende Ebene, wie der Teltow-Kanal verläuft, wo sich das Haus befindet. Das heißt erstmal sozusagen eine Exposition der gesamten Novelle, die sehr kurz ist. Dadurch, dass es natürlich auch eine Novelle ist und die insgesamt sehr kurz ist oder knapp geschrieben ist. Und dann haben wir in dem zweiten Teil der ersten Szene bereits eine Vorstellung der Hauptcharaktere, was natürlich auch noch zu der Exposition gehört. Denn da wird auch der erstmalige Konflikt vorgestellt. Starten wir aber direkt am Anfang der ersten Szene. Und hier haben wir schon einen sehr interessanten Satz, denn der heißt wortwörtlich Der Teltow-Kanal verläuft, wie gesagt, im Süden Berlins gut 37 Kilometer von der Havel bis zur Spree. Wir lesen erstmal bis da. Und was hier besonders interessant ist, ist, dass es eine sehr exakte Angabe ist, also eine deskriptive Aussage, die hier vom Autor getroffen wird. Besonders interessant ist aber dieses Wie gesagt. Das heißt, hier wird eingeleitet in die gesamte Novelle mit einer Aussage. Die praktisch schon deuten lässt, dass das Buch oder die Novelle gar nicht am Anfang komplett neu beginnt, sondern wie etwas Fortgeschriebenes wirkt. Tatsächlich gibt es kein Vorwerk. Also es gibt nichts, worauf sich das Haus in der Dorotheenstraße offiziell bezieht. Aber als offener Einstieg sozusagen oder als fließender Einstieg wird das Ganze hier genutzt, um sozusagen direkt ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zu erzeugen, beziehungsweise direkt den Leser an das Buch, beziehungsweise die Novelle zu binden. Das heißt, dieses Wie gesagt hier bereits ein erstes Zielmittel, was hier von dem Autor Hartmut Lange verwendet wird. Das Ganze geht dann auch weiter. Wir haben erstmal eine sehr detaillierte Beschreibung des Teltow-Kanals, wie er verläuft, um dann letztendlich zu beschreiben, wo sich die Dorotheenstraße befindet. Und zwar wird hier zunächst der Westen beschrieben, wo das Ufer ist und die wenigen Häuser, die da sind. Also diese idyllische Weise, die auch namentlich angesprochen wird. Das heißt, hier wird mit sehr vielen Bildern gearbeitet, die die ganze Situation sehr detailreich einordnen und auch später wichtig sind. Das heißt, was wir hier bereits vorfinden, diese erstmalige Exposition wird dann später natürlich auch aufgegriffen, um die Dorotheenstraße oder um das Haus in der Dorotheenstraße diese Beschreibung einfach aufzugreifen, um den Charakter von Gottfried, beziehungsweise seiner Frau, also Senia, zu definieren. In der letzten Szene ja die bekannteste Szene, wo das Haus auch nochmal eine zentrale Rolle steht. Das Ganze auch als Antithese zu dieser Exposition. Da kommen wir aber dann, wenn wir uns die Szene angucken, zu. Und erstmalig wird das Haus in der Dorotheenstraße dann in dem Satz, aber in ihrer Nähe, wenn auch versteckt, verläuft die Dorotheenstraße, die direkt zu den Grundstücken am Kanalufer führt. Und hier in einer Villa, die von Buchen und Fichten umstanden war, wohnte das Ehepaar Klausen. Das heißt, wir sehen, der hypotaktische Satzbau setzt sich fort. Insgesamt ist die ganze Szene sehr hypotaktisch aufgebaut. Dementsprechend diese typischen, deskriptiven Elemente, die dann natürlich in einer längeren Satzstruktur enden. Das ist durchaus typisch. Wir haben hier außerdem die wichtigste Nennung zweier Elemente. Einerseits, dass das Haus an der Dorotheenstraße liegt. Andererseits, dass das Ehepaar Klausen sozusagen dort wohnt. Dementsprechend die Charaktere werden eingeführt und auch der Name des Buches sozusagen schon so ein bisschen erklärt. Der Name der Novelle erklärt. Insgesamt haben wir dann schon die Nennung eines Begriffs der Villa insgesamt natürlich sehr positiv konnotiert. Die beiden kannten sich aus der gemeinsamen Schulzeit, waren also, was ihre eigenen Interessen betreff, über Jahre hinweg miteinander vertraut, wie es hier wörtlich heißt. Das heißt, wir haben schon eine sehr detailreiche Charakteranalyse der beiden. Ohne, dass jetzt tatsächliche Charaktereigenschaften genannt werden, sondern wirklich nur diese gemeinsamen Interessen werden betont. Die Schulzeit wird hier zusammen erhoben und das Haus in der Dorotheenstraße wird dann mit dem Gefühl von Geborgenheit verbunden, was natürlich sich auch darauf bezieht, wo wir zuvor diese idyllische Atmosphäre erzeugt hatten und das verknüpft Hartmut Lange dann letztendlich mit der Charakterisierung der beiden und mit der Erklärung, wie so das Haus in der Dorotheenstraße sozusagen ihr Wohnort geworden ist. Hier wird es auch noch erklärt, aber gleichzeitig, und das ist jetzt das Spannende, wird dann ein Bruch vorgenommen. Es ist praktisch ein Stilbruch, denn dann wird dieses zuerst sehr positiv beschriebene Haus sehr negativ dargestellt. Der Garten verwildert, die Fassaden sind nicht mehr die neuesten, der Putz ist abgebröckelt und dementsprechend also hier eine sehr negative Weise, die als antitätig oder auch als Vorausdeutung bezeichnet werden kann und natürlich dementsprechend auch so ein bisschen als Leitmotiv beziehungsweise Ding-Symbolik, das hatten wir ja bereits schon mal erklärt, Ding-Symbolik einfach in dem Sinne, dass dieses abgebröckelte Haus, die abgebröckelte Wand, der abgebröckelte Putz dafür steht, dass auch die Ehe nicht mehr intakt ist, was ja dann in der Novelle sozusagen seinen Lauf nimmt. Dementsprechend hier diese Parallelen zugegeben, dass viel niemanden auf ist, natürlich auch interessant, denn hier wird dann nochmal erklärt, ja gut, die Ehe scheint von außen intakt, aber vielleicht ist sie im Inneren nicht intakt, sozusagen das so zu deuten. Dann erfolgt nochmal ein kurzer, deskriptiver Teil, der dann aber für den weiteren Verlauf der Novelle gar nicht relevant ist. Also wir sehen, insbesondere im ersten Paragrafen der gesamten Novelle haben wir hier eine sehr deskriptive Exposition, die aber gleichzeitig schon Charakter von den Gottfried, also von den Clausens erklärt. Und dann wird dann ja auch ein Absatz gemacht nach dem zweiten Paragrafen, der aber wie gesagt nicht so relevant ist. Und dann wird die Situation wirklich konkret und kurz eingeführt. Gottfried Clausen, der eben Korrespondent bei einer Tageszeitung ist, dort auch ja angesehen ist und öfters auch sehr detailreich recherchiert, dementsprechend sich eine gewisse Reportation erarbeitet hat. Er war auch schon öfters im Ausland, dementsprechend. Wundert es dann auch nicht, dass die Vertretung in London sozusagen übernommen werden soll von ihm. Er ist davon natürlich angetan und sagte, dass sie die Dorotheenstraße vielleicht auch verlassen müssten. Aber seine Frau erklärt ihm eben, dass das nicht passieren wird, dass er vielleicht sein Haus verlassen wird. Aber die Frau wird das nicht tun. Das hier eben die interessante Stelle, wo sozusagen erstmalig deutlich wird, dass da sozusagen ein Bruch stattfinden könnte, aufgrund eben der Umstände, dass Gottfried von nun an in London leben wird und Frau Clausen, Essenia eben nicht. Und das Ganze wird aber zunächst als sehr positiv dargestellt. Es scheint nicht so schlimm zu sein, denn Gottfried sagt wortwörtlich, wir haben keine Eile. Das heißt, er guckt sich in London um, sucht eine passende Wohnung, und sie soll einfach nachkommen. Man wird natürlich später merken, dass das eigentlich der Ausgangspunkt für eine scheiternde Ehe ist. Das sicherlich auch verbunden mit dieser erstmaligen Exposition, die wir zuvor gehört haben. Außerdem, ja, sollte, packt Clausen dann noch schnell seinen Koffer. Das ist alles jetzt sehr parataktisch eben auch damit verbunden, dass wir jetzt hier zeitraffende Elemente haben. Alles geht sehr schnell. Wir haben einerseits einen Dialog zwischen den beiden, der aber dann ja sehr kurzweilig zu Ende geführt wird, beziehungsweise nur einseitig stattfindet. Praktisch ein Monolog, der aber von der Art des Schreibens umschrieben wird, dass auch die Frau antwortet. Indirekte Rede sozusagen. Clausen packt seinen Koffer, Essenia fährt dann ihn zum Flughafen, und sie umarmen sich, ein bisschen länger als gewöhnlich. Dementsprechend alles scheint intakt. Und damit endet diese Szene. Um dann einen Ausblick zu geben, in der nächsten Szene wird Gottfried in London sein. Was er genau da machen wird, werdet ihr dann sehen. Guckt uns gerne auch bei diesem Video dann wieder zu. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Habt einen schönen Tag. Weiter lernen. Und guckt gerne mal in die Videobeschreibung. Da haben wir, wie gesagt, nochmal ein, zwei Lernhilfen für euch verlinkt. Und das soll es dann gewesen sein. Und haut rein. Ciao. Willkommen hier zu einem neuen Video von Selbstorientiert. Heute soll es mal um Szene 2 in das Haus in der Dorotheenstraße gehen. Viel Spaß beim Video. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Das unterstützt den Kanal einfach riesig. Und ist super wichtig dafür, dass unser Kanal weiter wachsen kann. Ansonsten haben wir auch nochmal eine kleine Lernhilfe zu dem Thema. Auf Amazon veröffentlicht. Guckt einfach in den ersten Link in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, let's go mit dem Video. Ja, und damit freuen wir uns wieder riesig, dass ihr hier beim Video eingeschaltet habt. Heute soll es, wie gesagt, um die Szene 2 in das Haus in der Dorotheenstraße gehen. Das Ganze wurde von Hartmut Lange verfasst. Dabei haben wir ja zu jeder Szene ein einzelnes Video gemacht, sowie aber auch eine Zusammenfassung, eine längere Zusammenfassung und auch eine kürzere. Heute wollen wir uns eben genau der Szene 2 widmen. Dabei soll es dann insbesondere um die Analyse gehen. Aber wir werden natürlich dabei auch den Inhalt zusammenfassen. Das heißt, wenn ihr eine Szenenanalyse schreiben müsst, dann seid ihr hier genau richtig. Ansonsten, wenn ihr euch auf eine kommende Klausur vorbereiten wollt, dann ist das natürlich auch ein gutes Video. Lass uns direkt starten. Und zwar in Szene 2. Das beginnt ja direkt nach Szene 1, die ja so geendet ist, dass Gottfried Clausen sich von seiner Frau verabschiedet hat. Alles sehr harmonievoll. Und in Szene 2 passiert dann Folgendes. Denn Gottfried Clausen ist nun in seiner Londoner Wohnung. Es passiert direkt am Anfang. Wortwörtlich heißt es dort, es erübrigt sich zu beschreiben, wo genau er in der Stadt an der Thämse untergekommen war. Das heißt, hier im Kontrast zur ersten Szene wird keine detailreiche Exposition vorgenommen, beziehungsweise keine detailreiche Deskription der Wohnung, des Ortes der Wohnung, sondern es wird direkt dieser Teil sozusagen übersprungen. Und es wird nur beschrieben erst in London. Nun soll es aber um einen anderen Inhalt gehen. Das heißt, wir haben hier eine andere Schwerpunktsetzung. Gottfried Clausen aber zunächst in seiner Wohnung angekommen. Interessant ist auch der Sprachstil, der hier angewendet werden wird. Denn zur Beschreibung kommt noch dazu vielleicht nur so viel. Und dann wird nochmal beschrieben, dass er eine Zwei-Zimmer-Wohnung hätte und er aber darauf bestehen würde, wenn seine Frau demnächst zu ihm kommt, in ein anderes Apartment zu ziehen. Und hier wird es sogar weiterhin so beschrieben im Konjunktiv, dass Teile der Miete von ihm auch übernommen würden, wenn die Apartment-Wohnung eben zu teuer wäre. Bisher wird das Ganze ja von der Redaktion bezahlt. Das heißt, hier sozusagen schon mal eine erstmalige Konklusion der Zustände innerhalb Londons. Er ist weiterhin bereit oder wahrhatet nur darauf, dass seine Frau zu ihm zieht. Er möchte, wie gesagt, falls es ihm in London gefällt, dort auch erstmal wohnen bleiben. Und genau, diesen Vorsatz gefasst werden wir dann im ersten Absatz. Das sehen wir dann relativ schnell trotzdem, dass er sich diesen Vorsatz gefasst hat, nach sechs Wochen. Später ist er immer noch alleine in London. Er wohnt immer noch in nun der engen Wohnung. Das wird nun so wortwörtlich beschrieben. Das heißt, wir haben sozusagen auch schon einen atmosphärischen Wechsel. Und er ist gezwungen, also auch ein sehr negativ konnotiertes Wort, seine Frau zu vertrösten. Es wird hier auch ein besonderer Fokus darauf gelegt, dass sie miteinander telefonieren. Das heißt, hier die Verbindung beider Personen sozusagen immer noch sehr eng. Sie sind immer noch sehr nah miteinander verbunden. Das passt alles so ein bisschen in das Bild, was auch zuvor gezeichnet wurde, dass die sich schon sehr lange kennen und dementsprechend sehr vertraut miteinander sind. Damit ist der erste Absatz vorbei. Und nun kippt so ein bisschen die Stimmung. Das ist allgemein verbunden mit dem atmosphärischen Wechsel, aber eben auch mit dem charakterlichen Wechsel, der hier von Gottfried Clausen beschrieben wird. Oder der über Gottfried Clausen wird hier hier viel geschrieben. Und er ist nun in einer Unzufriedenheit, die sich steigert, so wortwörtlich. Das Ganze wird auch zeitlich eingeordnet, und zwar Ende März. Dabei ist das Wetter sehr schlecht. Clausen war sozusagen darauf vorbereitet, aber nichtsdestotrotz trifft es ihn sozusagen persönlich und er ist negativ beeinflusst von dieser Stimmung. Das Ganze passt so ein bisschen in das Bild, was hier allgemein gezeichnet wird. Und er hat nun auch erstmalige Zweifel an seiner Entscheidung, nach London zu kommen, in die Redaktion zu kommen. Er sagt, oder hier wird er wortwörtlich zitiert mit, vielleicht hätte ich doch nicht hierher kommen sollen. Das Ganze natürlich eine erstmalige Kritik an seiner Entscheidung. Erstmalige Zweifel, die aufkommen, die insgesamt in ein sehr düsteres Bild der allgemeinen Stimmung passen. Und damit natürlich auch eine Antitätik zeugen zu der ersten Szene. Denn in der ersten Szene, wir erinnern uns, eine sehr positive Beschreibung der Beziehung, sehr positive Stellung innerhalb des Jobs, innerhalb des Lebens. Er ist sehr zufrieden mit seinem Leben, fühlt sich sehr wohl. Und jetzt eben dieser Wandel in seinem Leben, der direkt verbunden ist mit den Londoner Umständen. Er geht eben auch öfters mal durch die Brücke, durch die Londoner Innenstadt, ist da sehr negativ gestimmt, da es dort dauerhaft regnet. Und wenn er friert, so wird es hier beschrieben, geht er eben in ein Restaurant, um dann eben weiterzuarbeiten. Also die Arbeit ist wirklich ein Teil seines Lebens geworden, ein sehr wichtiger Teil seines Lebens. Und was er dann eben den ganzen Abend über macht, ist seine Arbeit. Diese Arbeit trifft besonders die Bereiche der Wirtschaft, wo er zuständig ist innerhalb der Redaktion. Und er wird auch nach wie vor, also der Job ist nach wie vor wichtig und er wird da auch dementsprechend nach wie vor als kenntnisreich und umfassend über die Interna der Londoner City bewandt, beschrieben. Und dementsprechend haben wir hier sozusagen immer noch das Bild, dass er in seinem Job ein sehr vorbildlicher Mann ist. Dabei aber schon langsam das Privatleben leicht kippt. Das heißt hier so ein bisschen auch schon so Gegensätze, die innerhalb der Szene auch offensichtlich werden und natürlich auch insbesondere im Vergleich zu Szene 1 offensichtlich werden. Es macht ihm aber weiterhin Spaß, aber die Routine ist für ihn sozusagen ein Problem. Deswegen besucht er dann eines Tages die Royal Shakespeare Company, ein ganz bekanntes Theater innerhalb Londons. Das heißt, hier haben wir auch wieder die Verbindung mit realistischen Darstellungen innerhalb Londons, innerhalb der Realität. Das kennzeichnet eine Novelle ja unter anderem, dass die einzelnen geschichtlichen Aspekte da immer direkt verbunden sind mit dem realistischen Leben, mit der Nachweisbarkeit innerhalb der Realität. Und dort innerhalb dieser Oper, beziehungsweise innerhalb des Theaters, guckt er sich The Tragedy of Othello an. Und da insbesondere die Szene The Moor of Venice. Und hier sagt er, das ist alles völlig unglaubwürdig. Und das ist insbesondere wichtig, wenn wir uns später nochmal die weiteren Szenen angucken. Da wird er nochmal ins Theater gehen und er wird das Ganze komplett anders einordnen. Da gehen wir dann auf die jeweilige Szene ein. Dementsprechend guckt euch die weiteren Videos an, die wir dazu verfasst haben. Allerdings hier sehr beeindruckend, dass er das Ganze als vollkommen unglaubwürdig einordnet und dann sein Charakter sich so sehr abwandelt, dass er das wenige Tage, später wenige Wochen später komplett anders einordnen wird. Dabei fällt ihm besonders auf, dass die Leistung der Schauspieler noch sehr beeindruckend ist. Das passt insgesamt zu seinem sehr sachlichen Charakter. Das heißt, er ist öfters ja sehr von der Sachlichkeit der Autoren getrieben. Und dementsprechend kann man das hier sicherlich direkt damit verbinden, dass Gottfried insgesamt einfach ein sehr zufriedener Mensch ist, der von der Sachlichkeit innerhalb seines Lebens getrieben wird. Dementsprechend die Beeindrucktheit von der Leistung der Schauspieler kein Wunder. In sein Apartment zurückgekehrt geht er dann der allgemeinen Routine wieder nach. Die Szene geht so langsam zu Ende. Sie wird am Abend enden, denn er ruft nochmal Senior an. Das ist ja so wie immer. Sie hört ihr Handy erst nicht. Er denkt dann, okay, sie hat das in der Handtasche gelassen. Das ist so eine Angewohnheit von dir. Er spricht auch ein bisschen mit sich selbst, beziehungsweise denkt laut. Es wird hier wortwörtlich zitiert. Sie hört es nicht, wenn sie in einem anderen Zimmer ist. Dementsprechend ruft er dann auch nochmal über Senior, Senior über das Festnetz an. Dort nimmt er sie leider auch nicht ab. Dann geht er aber relativ schnell ins Bad, macht sich dort fertig. Er möchte es erst noch später nochmal versuchen, aber dann ist er zu müde und geht einfach schlafen. Er denkt sich abschließend nochmal, macht nichts. Also ein sehr parataktisches, abschließendes Wort von ihm. Und er geht dann um Viertel vor zwölf, hier eine sehr detailreiche Zeitangabe, geht er schlafen. Damit könnte die Szene jetzt vorbei sein, aber das ist sie tatsächlich nicht. Denn jetzt kommt nochmal ein spannender Abschluss dieser Szene. Nochmal gut eine Seite, wenn wir uns hier auf die Diogenes-Verlags-Ausgabe beziehen. Denn jeder kennt die Stimmung, die um einen Schlafenden entsteht, heißt es da. Das heißt, erstmal wird sozusagen ein charakterlicher Wechsel vollzogen. Man ist nun nicht mehr in der Haut von, oder in der personengewandten Beschreibung von Gottfried Clausen, sondern erstmal wird das etwas neutraler. Man weiß nicht so richtig, wie dieser Wechsel jetzt stattgefunden hat. Erstmal wird beschrieben, eine Stimmung, die um einen Schlafenden ist. Alles ist ruhig, die Fenster sind nahezu grenzenlos, man nimmt die Welt nicht mehr richtig wahr. Und am Morgen kommt das dann alles wieder hervor. Die Nacht ist in einer Schönheit sozusagen. Und dann wird erzählt, was passiert eigentlich, wenn die Schlafenden schlecht träumen, wenn sie schlecht liegen. Und erst im abschließenden Satz, im abschließenden Paragraphen wird gefragt, wo bin ich, dachte Gottfried Clausen. Und, wie spät ist es? Und, warum ruft sie ihn ja nicht an? Und das ist das abschließende Wort, beziehungsweise der abschließende Satz der Szene. Das heißt, ein besonderer Fokus liegt wieder auf diesem inneren Konflikt. Warum ruft Senia denn nicht an? Was habe ich denn falsch gemacht? Wieso nimmt sie das nicht an? Mein Gespräch, was wir die ganzen Wochen jetzt übergeführt haben, das heißt, hier haben wir auch einen Wechsel. Einen Wechsel der Beziehung zwischen Senia und Gottfried, der vom Anfang der Szene sehr behutsam noch war. Sie haben immer telefoniert. Es ist ein Ruhepol für Gottfried, diese Telefonate. Bis hin zu, sie nimmt sein Gespräch nicht mehr an. Und das beschäftigt ihn im Inneren so sehr, dass hier, wie gesagt, in dieser Schlafszene noch mal beschrieben wird, dass er komplett aufgewühlt ist und eben nicht mehr richtig weiß, wo er ist und auch sich nicht mehr sicher fühlt. Und das ist eben ein allgemeiner Wechsel, den wir auch gleich in Szene 3 noch mal genauer sehen werden. Das soll es aber erstmal gewesen sein von der Beschreibung von Szene 2. Ich hoffe, ihr konntet mit dieser Analyse einiges anfangen und dann soll es das gewesen sein. Guckt gerne unseren anderen Videos, guckt nochmal in die Videobeschreibung. Da haben wir nochmal einiges für euch verlinkt. Und dann soll es das gewesen sein. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Willkommen hier zu einem neuen Video von Selbstorientiert. Heute soll es mal um Szene 3 in das Haus der Dorotheenstraße gehen. Viel Spaß beim Video und let's go. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Das unterstützt den Kanal einfach riesig und ist super wichtig dafür, dass unser Kanal weiter wachsen kann. Ansonsten haben wir auch nochmal eine kleine Lernhilfe zu dem Thema auf Amazon veröffentlicht. Guckt einfach in den ersten Link in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, let's go mit dem Video. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute soll es, wie gesagt, um das Haus in der Dorotheenstraße gehen. Dabei wurde das Ganze von Hartmut Lange verfasst. Und heute möchten wir uns wirklich ausdrücklich der Szene 3 widmen. Wie wir bereits erwähnt haben, beziehungsweise wie ihr bestimmt auf unserem Kanal schon gesehen habt, haben wir zu allen Szenen ein jeweiliges Video verfasst. Dabei geht es in Szene 1 und Szene 2 so ein bisschen den Vorblick für Szene 3 auch schon zu schaffen. Und dann schaffen wir jetzt mit Szene 3 auch ein bisschen den Vorblick für die weiteren Szenen. Also bleibt dran und guckt euch auch die anderen Videos der Reihe an. Und damit würde ich sagen, let's go mit dem Video. Und zwar wollen wir uns heute ja wieder mit der Analyse und detaillierten Inhaltszusammenfassung widmen. Dabei haben wir ja bereits Videos gemacht, die das Ganze kurz zusammenfassen und auch ein bisschen ausführlicher zusammenfassen. Jetzt soll es wirklich sehr ausführlich um Szene 3 gehen. Und in dieser Szene merken wir erstmals einen Umsprung, einen Umbruch. Wir haben hier auch erstmalig die Szenerie, die sich verändert, ein atmosphärischer Wechsel, der vollzogen wird, der sich auch ein bisschen von Szene 2 angekündigt hat. Szene 2 nochmal kurz zusammengefasst. Dort ging es ja darum, dass Gottfried Clausen in seiner Londoner Wohnung ist, zunehmend unzufrieden wird, nicht mehr mit Senia sprechen kann. Und die Szene wird beendet mit der Frage, wo denn Senia sei und warum Senia nicht angerufen hätte. Beziehungsweise warum er Ansenia nicht zu einem Gespräch bringen konnte. Das Ganze ist nun beendet. Szene 3 startet etwas anders mit einem Appell. Wir müssen uns um die gemeinsame Wohnung kümmern. Ich habe auch schon etwas in Aussicht. Das heißt, hier geht es um Gottfried Clausen, der in einer direkten Rede zitiert wird. Er hat eben den Wunsch nach einer gemeinsamen Wohnung. Für ihn ist es nun eine beschlossene Sache, dass das stattfinden soll. Da ist eben besonders auffällig, dass Senia hier kein Mitspracherecht hat, beziehungsweise kein Mitspracherecht zugeteilt wird innerhalb der Szene. Sie wird einfach übergangen und es wird nur die Perspektive von Gottfried Clausen dargestellt. Er sagt dabei, dass eine Drei-Zimmer-Wohnung zur Verfügung ist. Dabei wieder die Verknüpfung mit der Realität. Die Gover Street, in der eben alles hell und modern ist. Beziehungsweise auch die Wohnung sehr hell und modern ist. Die Miete wäre relativ hoch, aber nicht zu teuer. 3.000 Pfund würde sie betragen. Er weist aber darauf hin, dass der Mietvertrag relativ zügig unterschrieben werden muss. Das heißt, hier wird eine Drucksituation erzeugt, die von Senia verlangt, dass sie relativ bald auch aus Berlin nach London kommt. Allerdings, Senia verhält sich zögerlich. Und mit dem zweiten Absatz beginnt dieses Ganze. Senia verhielt sich zögerlich ist hier wieder ein parataktischer Gegensatz zu dem, was wir zunächst im hypotaktischen Anfang finden. Das heißt, zunächst wird in einer sehr langen und komplexen Satzstruktur erzählt, was die Meinung von Gottfried Clausen ist, wie er sozusagen dazu eingestellt ist. Daraufhin ist Senia dann eben sehr zögerlich. Und das wird ganz parataktisch ganz kurz dargestellt. Allerdings geht sie auch nochmal darauf ein, dass sie am Tag zuvor eben nicht reden konnte. Hier aber auch wieder eine sehr knappe, verknappte Darstellung. Sie sagt, ja, es würde ihr leid tun. Allerdings nennt sie keine Gründe. Und ist dementsprechend, ja, nicht weiter, hat weiterhin keine Möglichkeit, ja, mit ihm darüber zu sprechen. Es ist für sie geklärt. Und er ist ein bisschen enttäuscht davon, dass sie auch nicht so richtig auf seine Bedürfnisse eingeht. Er erklärt nochmal, dass es für ihn wirklich eine Umgewöhnung stattfindet. Er sich ein bisschen fremd in der Umgebung fühlt. Allerdings verabredet man dann eben relativ zügig, dass Senia so bald wie möglich nach London fliegen sollte, um eben dann die Wohnung mit Clausen, also mit Gottfried Clausen, ja, zusammen zu besichtigen und dann eben ja auch dingfest zu machen, also nicht dingfest zu machen, sondern unterschreiben, dass sie beiden dann da einziehen können und dass sie dann eben zukünftig auch ihre Zeit in London verbringt. Szenenwechsel findet dann statt. Der Londoner Flughafen Heathrow ist nun die nächste Szene, eben dann ein sehr bekannter großer Flughafen, der größte Flughafen innerhalb Großbritanniens, eben doch der Londoner Hauptstadt. Und hier wird das Ganze auch als sehr unübersichtlich dargestellt. Das wird auch begründet mit der Anzahl der An- und Abflüge. Das heißt, wir haben einen sehr hektischen Atmosphärenwechsel. Nun zuvor ja alles sehr ruhig, sehr gediegen. Die Clausens werden insgesamt so dargestellt, als wenn sie ihre Entscheidung sehr ruhig treffen und sehr besonnen stets agieren. Ja, auch das ruhige Lieben, somit ja auch das Haus in der Dorotheenstraße, ein Ort der Ruhe, wo nicht viele Menschen sind. Und dementsprechend der Londoner Flughafen hier atmosphärisch ein komplettes Gegenstück zu dem Ganzen. Hier sind viele An- und Abflüge. Clausen ist, also Gottfried Clausen ist lediglich auf die Ankunft der Berliner Flüge konzentriert. Das heißt, auf die, von der eben seine Frau kommen soll. Dann war er sich der Meinung, dass Xenia nicht zu verfehlen ist, denn er steht am richtigen Ausgang und meint auch, dass er nicht lange warten müsste, denn sie hat ja sehr wahrscheinlich nur Handgepäck. Und ja, er fragt nochmal einen Angestellten, wo denn das Skate genau ist, damit er auch optimal darauf vorbereitet ist. Relativ schnell kommt heraus, dass er relativ aufgeregt ist. Also dementsprechend ja auch bemüht ist natürlich, möglichst gut bei seiner Xenia anzukommen. Er hat sie ja schon länger nicht gesehen. Wir haben eine zeitliche Einordnung nur, dass ja schon sechs Wochen vergangen sind innerhalb Londons. Das heißt, ja, mindestens sechs Wochen hat man sie schon nicht mehr gesehen. Und ja, nun versucht er sie eben zu finden, ist aufgeregt. Das Flugzeug ist gelandet, die Zollkontrolle, die ersten Passagiere gehen durch die Zollkontrolle. Und Clausen, also Gottfried, ist weiterhin im Kreis der Wartenden. Das heißt, er wartet auf seine Frau und hat auch ein Pfeilchenstrauß in der Hand. Das Ganze wieder eine direkte Dingsymbolik, die wir hier vorfinden können. Das heißt, der Pfeilchenstrauß eben als Symbol dafür, dass er Anstand besitzt. Generell diese Pfeilchen ja auch als Symbol dafür, dass man noch unbesonnen in der ganzen Situation ist. Und dementsprechend das Symbol natürlich hier nachvollziehbar. Er ist generell ruhig und überlegt, aber natürlich fällt plötzlich auf, seine Frau kommt nicht. Denn alle Passagiere gehen so langsam. Er denkt erst noch, okay, sie hat vielleicht doch einen Koffer mitgenommen. Er wartet ein bisschen länger. Aber dann irgendwann geht die Zollkabine aus und es kommt keiner mehr. Das heißt, hier stellt sich natürlich die Frage, wo ist Xenia? Er stellt sich auch die Frage, was ist mit dir? Und deswegen ruft er sie an und ihm antwortet aber nicht Xenia, sondern wie er glaubt, eine Männerstimme. Die kann er aber zunächst nicht zuordnen und klappt das Handy ganz schnell wieder zu. Vielleicht auch ein bisschen aus Reflex, aus Abwehrmechanismus, aus einem Abwehrmechanismus heraus. Dementsprechend hier schon so ein bisschen eine Unruhe. Und ja, er guckt, warum Xenia ihm nicht richtig geantwortet hat. Er denkt, er hätte vielleicht eine falsche Verbindung angewählt. Xenia hatte vielleicht einfach die Verabredung nicht treffen können, weil auch ihr Wunsch einfach ein anderer ist. Dementsprechend sieht er die Schuld bei sich selbst. Denn er denkt, okay, ich habe meiner Frau das Ganze vielleicht ein bisschen zu sehr aufgedrückt, ein bisschen zu sehr ermöglicht. Ich wollte unbedingt, dass sie kommt, aber jetzt werde ich das Ganze dann doch ändern. Jetzt ist die Drei-Zimmer-Wohnung auf einmal auch nicht mehr ein angemessener Preis, sondern sie wurde wortwörtlich von ihm als teuer bezeichnet. Das heißt, hier auch ein weiterer charakterlicher Wechsel. Er hat einen Meinungswechsel vollzogen und möchte nun möglichst schnell zu seiner Frau kommen. Redet dann aber auch darauf hin. Und Xenia geht auch an das Gespräch dran. Er sagt, mach dir keine Sorgen, es ist schließlich meine Schuld. Er möchte das Ganze klären und ist da sehr kompromissbereit. Und die Szene endet mit dem Wunsch, dass er möglichst im Alt mal wieder auf der Nathan-Brücke steht, die eben, wie gesagt, in der Nähe von der Dorotheenstraße ist, eben als Symbol, als eine der Symbole seiner Heimat gilt. Und dementsprechend wird die Szene 3 damit beendet, dass er den Wunsch nach Heimat erneut hat. Wie das Ganze dann fortgeht, seht ihr in unserer Zusammenfassung zu Szene 4. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr da auch natürlich vorbeiguckt. Ansonsten soll es das aber gewesen sein von unserem heutigen Video rund um Szene 3. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr mal die ersten Links in der Videobeschreibung abcheckt. Und dann soll es das gewesen sein. Haut rein und wir sehen uns. Ciao. Willkommen hier zu einem neuen Video von Selbstorientiert. Heute soll es dabei mal um die Szene 4 in das Haus in der Dorotheenstraße gehen. Viel Spaß beim Video. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr ein Abo dalasst. Das unterstützt den Kanal einfach riesig und ist super wichtig dafür, dass unser Kanal weiter wachsen kann. Ansonsten haben wir auch nochmal eine kleine Lernhilfe zu dem Thema auf Amazon veröffentlicht. Ja, freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute soll es dabei mal um die Szene 4 in das Haus in der Dorotheenstraße gehen. Dabei haben wir hier vorliegend sozusagen die kürzeste Szene der gesamten Novelle. Das Ganze wurde von Hartmut Lange verfasst und wir haben bereits sehr viele Videos dazu verfasst. Beziehungsweise veröffentlicht. Guckt da einfach gerne mal auf unserem Kanal vorbei. Wir haben auch eine Playlist. Und da solltet ihr einfach reingucken, falls ihr uns hier immer mal das Haus in der Dorotheenstraße informiert bleiben wollt. Aber jetzt würde ich sagen, geht es auch direkt los mit dem Video. Denn heute widmen wir uns ja der Szene 4. Das ist, wie bereits angekündigt, eine eher kurze Szene. Dafür hat sie aber einen wichtigen Inhalt und wir können praktisch in Szene 4 eine Zäsur verorten. Wir erinnern uns nochmal kurz, in Szene 1 wird das Ganze erst beschrieben. In Szene 2 haben wir schon so ein bisschen die Sehnsucht nach Senia. In Szene 3 soll Senia dann aus Berlin kommen. Und ja, sie kommt nicht. Sie kommt in London nie an. Er wartet vergebens. Also Gottfried ist nicht, wird ein bisschen enttäuscht. Und das Ganze endet so darin, dass Gottfried sich selber praktisch Vorwürfe macht. Sagt, er wäre ein bisschen zu hastig gewesen. Hat zu viel Druck auf Senia ausgeübt. Und möchte dann seine Arbeit möglichst schnell beenden, um schließlich zu Senia nach Berlin zu kommen. Das Ganze setzt er in Szene 4 dann auch zunächst um. Es beginnt mit einem zeitraffenden Element. Klausen möchte eben seine Arbeit rasch erledigen. Und hofft eben, dass möglichst viel Zeit für einen längeren Aufenthalt in Kohlhasenbrück da ist. Das heißt, hier wird bereits die Binn zu der Heimat hergestellt. Er überprüft nochmal alles, dass alles richtig veröffentlicht wird. Er arbeitet eben an Kommentaren und Berichten. Arbeitet das zügig ab, aber er arbeitet es ja korrekt ab. Überprüft das Ganze nochmal und korrigiert das Ganze. Das heißt, hier auch der Charakter des Gottfried Klausens, der sicherlich ja immer sehr überprüfend und sehr wissig, aber auch sehr genau bei seiner Arbeit ist, bleibt erhalten. Schließend bittet er seine Sekretärin, das Ganze zu übergeben und eine Woche Urlaub zu nehmen. Das Ganze wird dann auch genehmigt. Er begründet seine Abreise dann nochmal, oder er sagt nochmal, er würde mit dem Chefredakteur in Berlin sprechen. Das heißt, es wird auch so ein bisschen implizit in Aussicht gestellt, dass er eventuell nicht länger in London arbeiten möchte. Er hat nur ein Flugticket bereits in der Tasche. Das heißt, erstmal nur ein One-Way-Ticket, was ja zunächst darauf hindeutet, dass das vielleicht auch eine langfristigere Angelegenheit in Berlin ist. Diese eine Woche Urlaub gibt ihm natürlich aber nur begrenzt Zeit und es bleibt ein bisschen offen, was jetzt nun wirklich sein Ziel in Berlin ist. Dann haben wir dieses zeitraffende Element sozusagen beendet und wir gehen dann zu einem zeitdeckenden Element über. Er ist am Abend vor seiner Abreise. Er möchte mit dem Zug über Paddington nach Heathrow fahren. Das heißt, hier haben wir auch wieder diesen Realitätsbezug, der sich durch die ganze Novelle zieht, da das einfach auch der wichtige Teil einer Novelle ist und ständig damit verknüpft ist, wie eine Novelle eben aufgebaut wird. Das heißt, das Ganze, diese Elemente werden hier natürlich von Hartmut Lange auch verknüpfend eingebaut. Hier haben wir dann auch das Element, dass er sich noch schnell, er möchte Schlaf vor dem Abflug bekommen und vor der Abreise guckt er nochmal aus dem Fenster, trinkt ein Glas Whisky. Das ist vielleicht auch eine Ding-Symbolik, die wir hier wieder haben. Das heißt, Glas Whisky, was ja öfters Alkohol eher negativ konnotiert ist, das Ganze werden wir dann vielleicht eben auch nochmal in Szene 5 und 6 haben. Da werden wir dann in Szene 5 und 6 in dieser Analyse nochmal drauf eingehen, aber das schon mal ein bisschen im Hintergrund, dass das Glas Whisky hier erstmals auftaucht beziehungsweise Alkohol hier erstmals eingeführt wird. Er geht, wie gesagt, nochmal die Fenster schließen und dann riecht er relativ schnell allerdings einen Brandgeruch. Es ist aber zu weit weg dafür, dass es etwas Gefährliches sein könnte. Dementsprechend haben wir hier auch so eine Repetitio. Es war, wie ihm schien, nichts Gefährliches. Nichts, dass es aus unmittelbarer Nachbarschaft kam. Dementsprechend wird das Ganze erstmal ein bisschen nivelliert. Wir haben hier keinen Grund zu Panik, so wie das beschrieben wird. Die Sicht auf die Dächer ist frei. Dementsprechend ist Gottfried Clausen auch relativ beruhigt. Er möchte das Fenster aber trotzdem schließen, damit der Brandgeruch sich eben nicht weiter verbreitet. Und da haben wir auch schon ein erstes Merkmal, dass diese Nacht wohl nicht ganz gewöhnlich sein könnte beziehungsweise schon auf etwas Negatives hindeutet. Denn Gottfried Clausen schläft sonst bei offenem Fenster und hier schläft er eben bei zuem Fenster. Dementsprechend hier so ein bisschen eine negative Stimmung, die verbreitet wird. Das Ganze schon mal so ein bisschen als Hintergrundinformation. Die Nacht verläuft allerdings ohne weitere Probleme, wie das zum Beispiel in Szenen 2 war, sondern er ist ganz beruhigt, steht am nächsten Tag nochmal auf, guckt sich die Korrespondenz an, dass auch wirklich alles erledigt ist. Das heißt, er arbeitet sehr gründlich. Sein Charakter bleibt eben erhalten. Er hat auch noch ein paar Geschenke für Senia gekauft. Wir sehen da nochmal eben diese tiefe Verbindung, die er zu seiner Frau natürlich immer noch spürt. Und dann am nächsten Tag, beziehungsweise an diesem Morgen, fährt er dann zu Paddington. So wie er es geplant hat, verläuft sein Plan. Dann erstmal alles glatt. Von da aus sind es ja nur noch 15 Minuten bis Heathrow, also dem Flughafen, wo er eben fliegen möchte. Dabei nach dieser Zeit offenbart sich aber dann, dass es kein gewöhnlicher Morgen ist, denn bereits in der Station in Paddington rufen die Leute sich nervös etwas zu und es ist schon eine andere Stimmung, eine ungewohnte Stimmung für ihn. Und relativ schnell weiß Gottfried Clausen auch, woran das liegt. Denn in Island ist ein Vulkan ausgebrochen. Und man sagt eben, man wüsste nicht genau, wie die Aschewolke sich verteilen würde und wohin der Wind diese Aschewolke treibt. Dementsprechend ist kurz oder langfristig eben der Flugverkehr über London und insbesondere auch England stillgelegt. Dementsprechend gibt es keine Möglichkeit für Gottfried Clausen, ja, erstmal nach Hause zu kommen, beziehungsweise keine schnelle Möglichkeit. Er weiß nicht so richtig, wie er wegkommt. Und jetzt wird wieder der Anblick der überwüllten Hallen beschrieben. Dabei ist dies ja ähnlich wie in Szenen 3 zuvor, wo ja auch schon die Hallen beschrieben wurden, alles nicht so richtig wohlig beschrieben wurde. Dementsprechend Gottfried Clausen erneut in dieser Situation, in der sozusagen die Situation, wo alle auf dem Sprung ist, ein bisschen abwertet und auch nicht so gemütlich empfindet. Das Ganze, ja, wirkte nahezu sinnlos. Ständig wird das Gleiche abgespielt und man bittet um Geduld. Interessant ist dann, wie beschrieben wird, dass der Flug nach Berlin endgültig beschrieben wird. Denn hier wird geschrieben, man bat um Geduld, verwies auf die ungewöhnlichen Umstände und anschließend war Clausen natürlich enttäuscht. Er hofft aber, und das ist hier wieder die positive Stimmung, die am Ende der Szene nochmals aufkommt, er hofft, dass er im Laufe des Tages sich einen anderen Flug umbuchen kann und dementsprechend, dass er sicher nach Szenia kommen kann, um ihn eben abzuholen. Und dementsprechend, ja, nachdem er diesen Plan gefasst hat, möchte er Szenia schnell informieren und ruft wieder die Nummer an, beziehungsweise ihre Nummer an. Und jetzt wird das Ganze, ja, in einer Art Tagtraum verpackt, denn es passiert genau das, was vor wenigen Tagen zuvor schon in Szene 2 passiert ist. Denn Szenia antwortet ihm nicht, sondern eine Männerstimme. Und diesmal hört Klaus nämlich genau, was diese Männerstimme sagt. Zuvor hatte er das ja weggedrückt, aber jetzt eben nicht. Er nimmt es genau wahr und er weiß, oder er ist sich sehr sicher, dass er da eine Männerstimme hört, die seinen Namen nannte und, ja, mit ihm ins Gespräch tritt. Er möchte mit seiner Frau sprechen, sagt er dann wortwörtlich. Und er hört eben dann nur ein Flüstern und ein Lächeln, beziehungsweise ein Lachen. Und das, das war für ihn sicher, ist Szenia gewesen, die eben sich amüsieren zu scheint. Dabei weiß er jedenfalls nicht, warum das Ganze so ist und wird natürlich durch diese extreme Situation nun in einen, ja, Zustand des Zweifelns einberufen und wie sich das Ganze auf ihn auswirkt. Auch, dass danach eben Stille ist und, ja, Szenia eben nicht ans Telefon kommt, sondern Klausen ja in seiner Hoffnung alleingelassen wird. Das werden wir dann natürlich in Szene 5 sehen. Wenn ihr dazu das Video gucken wollt, guckt euch das gerne auf YouTube bei uns an. Wir haben dazu, wie gesagt, eine komplette, ja, Szenenanalyse ausverfasst, wie auch zu allen anderen Szenen. Also, falls ihr dann noch irgendwelche Fragen habt, guckt euch die gerne an. Aber dann soll es das von heute gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein. Ciao. Willkommen hier zu einem neuen Video von Selbstorientiert. Heute widmen wir uns mal der Szene 5 aus dem Haus in der Dorotheenstraße. Dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dem Video und let's go. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Das unterstützt den Kanal einfach riesig und ist super wichtig dafür, dass unser Kanal weiter wachsen kann. Ansonsten haben wir auch noch mal eine kleine Lernhilfe zu dem Thema. Auf Amazon veröffentlicht. Guckt einfach in den ersten Link in der Videobeschreibung. Jetzt würde ich sagen, let's go mit dem Video. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute wollen wir uns, wie gesagt, der Szene 5 aus dem Haus in der Dorotheenstraße widmen. Dabei wurde das Ganze von Hartmut Lange verfasst und wir haben bereits einige Videos rund um dieses Thema veröffentlicht. Egal ob Figuren, Konstellationen, Charakterisierungen oder eben einzelne Szenenanalysen, sowie aber auch eine kurze Zusammenfassung und lange Zusammenfassung des gesamten Buches. Falls euch das interessiert, guckt einfach auf unserem Kanal vorbei. Wir haben da eine Playlist zu verfasst. Also vielen Dank für euer Interesse und jetzt würde ich sagen, geht's auch direkt los mit dem Buch. Kurz zur Einordnung. In Szene 4 wird das Ganze ja beendet mit dem unterdrückten Lachen von Xenia während eines Gespräches. Die Männerstimme, die Gottfried Clausen hört, als er sie enttäuscht anruft, nachdem der Flug gestrichen wurde. Er konnte eben nicht reisen aufgrund des Vulkanausbruchs. Das Ganze ist sozusagen final. Auch das Ende der Szene 4, die ja eine der kürzeren Szenen war. In Szene 5 haben wir nun eine sehr bedeutende Szene, weil die praktisch direkt nach der Zäsur des gesamten Werkes der Novella kommt. Und hier wird dann beschrieben, dass der Ausbruch des Grimms Wöten, so wird der Vulkan beschrieben, wesentlich gewaltiger aushält, als die es zuvor angenommen wurde. Die Aschewolke hat sich über den ganzen Nordwesten oder Süden verbreitet. In Island ist die Asche eben überall. In England bemerkt man eben nur, dass der Himmel verschlossen ist, was aber dazu führt, dass der Flugverkehr weiterhin über England stillgelegt wird und keine Flüge gehen. Das heißt für Gottfried Clausen, er sieht da keine Möglichkeit, aus seinem Büro rauszugehen. Zum Beispiel sind die Zugverbindungen auch nicht denkbar, da diese, ja, so wird angenommen, einfach zu überfüllt sind. Dementsprechend geht Gottfried Clausen vom Flughafen weg. Wir haben nun einen Szenenwechsel. Er ist nämlich in seinem Büro wieder. Und das charakterisiert ihn, beziehungsweise passt in seinen Charakter. Denn Gottfried Clausen wird auch zuvor bereits dargestellt, als jemand, der ja arbeitswütig ist, ständig arbeiten würde. Und dementsprechend passt es natürlich auch, dass Gottfried Clausen nach dem Szenenwechsel nun wieder in seinem Büro ist, nun wieder arbeitet und dass er trotz dieses, ja, denkwürdigen Gesprächs mit seiner Frau beziehungsweise mit der Männerstimme wieder arbeiten geht. Er fühlt sich aber wie betäubt. Das heißt, die Umstände, die lähmen ihn und beeinflussen ihn natürlich. Er versucht aber trotzdem wieder in den Arbeitsalltag zu kehren, weil er eben nicht weiß, was er sich sonst in London machen sollte. Er möchte sich vermutlich ein wenig ablenken. Er unterlässt das Ganze aber und möchte, ja, letztendlich auch nicht wieder das Gespräch mit Szenia suchen, denn er hat eben die Angst, dass das Ganze nochmal passieren könnte. Und hier wird dann ein ganz interessanter Satz von ihm formuliert, beziehungsweise, ja, von Gottfried Clausen gedacht, dass, da war eine Männerstimme und als ich mit meiner Frau sprechen wollte, hat sie gelacht. Und mit ließ sie sich das erklären. Das heißt, hier sehen wir zunächst die Zweifel, die Gottfried Clausen an sich selbst hat, aber eben auch in der Beziehung zu seiner Frau hegt und gleichzeitig eben auch, dass diese Männerstimme ihn einfach zutiefst verunsichert. Er denkt zunächst, war es vielleicht einfach nur Szenia, die jemandem das Handy, ja, gegeben hatte jemanden, dem sie einfach vertraut und dementsprechend war, waren sie einfach zusammen im Haus in der Dorotheenstraße vielleicht ein guter Freund. Das ist innerhalb einer rhetorischen Frage zunächst formuliert. Allerdings geht es dann weiter und Gottfried Clausen packen die Zweifel. Vielleicht war es doch ein Mensch, der ihn eben nicht im Flur oder in der Küche begegnet hat, sondern im Schlafzimmer. Und hier wird natürlich eine, ja, Ding-Symbolik angewendet, wie sich auch zunächst bei anderen Stellen des Buches oder der Novelle sich vorfinden lassen, denn das Schlafzimmer natürlich hier für den Begriff einer Atmosphäre, äh, Atmosphäre, einer Affäre natürlich eingewendet. Ähm, dementsprechend, ähm, ja, diese Zweifel, die er in seiner Frau und der Beziehung zu seiner Frau dementsprechend natürlich auch hegt. Ähm, er ist sich eben nicht sicher, ob, ähm, die Ehe mit seiner Frau vielleicht schon seit Jahren verlogen ist. Ähm, vielleicht hat er die Untreue einfach nicht bemerkt. Dementsprechend lassen sich hier tiefe Selbstzweifel finden, die so ein bisschen auch das Fortgehen und das Gespräch in der Folge ein bisschen charakterisieren, wie er eben handelt und, ähm, warum er so handelt. Das heißt, hier haben wir, ja, schon erstmalige, starke Selbstzweifel, die insbesondere durch das Gespräch mit seiner Frau beziehungsweise dieser Männerstimme ausgelöst wurden. Daraufhin passiert dann Folgendes und zwar befindet er sich nun in der Tragedy of Othello, The Mall of Venice und wir erinnern uns, er hatte bereits in Szene 2 Kontakt mit dieser, ja, Oper beziehungsweise mit diesem Theaterstück, denn er ist in Szene 2 da bereits reingegangen, da er sich, ja, innerhalb Londons verschiedene Sachen angucken wollte und eben auch ein bisschen die englische Kultur kennenlernen wollte. Dementsprechend Othello als großes Stück von Shakespeare natürlich, ähm, bestens geeignet dafür. Dabei wird jetzt aber eine interessante Stelle von The Mall of Venice ähm, charakterisiert, beziehungsweise zitiert. Ähm, interessant ist hier insbesondere, äh, dass wir My Soul hören, also dass die Seele, ähm, in dieser zitierten, in diesen zitierten drei Versen eine besondere Rolle spielt, die natürlich auch direkt damit verbunden ist, wie Gottfried Clausen selbst sozusagen sich fühlt, beziehungsweise, ähm, dass Gottfried Clausens Zustand insbesondere auf seiner Seele beruht und eben nicht gebalanced ist, also nicht ausgeglichen ist, er fühlt sich einfach in seiner Seele ein bisschen verletzt. Und hier dann auch bereits nach kurzen Selbstzweifel des Protagonisten der Tragedy of Othello, ähm, ja, beschrieben Put Out The Light. Was das Ganze im Kontext bedeutet, ist einfach nur, ähm, dass die Szene beendet wird und er sich weiterhin erstmal nicht beschäftigen möchte mit dem, äh, mit den Umständen. Put Out The Light wird aber in Szene 6 nochmal eine ganz entscheidende Rolle spielen, dementsprechend das hier an der Stelle auf jeden Fall schon mal im Hintergrund behalten, warum, ähm, das Ganze eben zitiert wird, äh, insbesondere wichtig für das Ende der Novelle. Das heißt hier eine der zentralen Stellen des gesamten Werkes. Ähm, dann, ähm, kommen aber auch die Zweifel an dem Stück selbst auf. Ähm, es wird innerhalb einer rhetorischen Frage gefragt, ob er sich das überhaupt zum zweiten Mal jetzt nochmal antun möchte, ähm, ob er sich nochmal angucken will, äh, wie eine Wehrlose ermordet wird und, äh, dann am Ende, ob er noch Beifall klatschen würde für Schauspieler, die etwas so Wahnsinniges überzeugend darstellen. Nein, flüstert Gottfried Clausen. So wird das Ganze beschrieben, das heißt, es hat sich ein extremer Wandel vollzogen. Zunächst ist Gottfried Clausen enorm und sachlich beeindruckt von dem, was die Schauspieler dort zu leisten vermögen. Danach ist Gottfried Clausen aber im tiefen Zweifel, denn er möchte das nicht weiter, ja, ertragen, diese Ermordung einer Wehrlosen und insbesondere, hier wird das auch beschrieben, wollte er nur, weil er ein Problem mit seiner Frau hatte, dem Ganzen zusehen, nein, möchte er nicht. Und, äh, das ist hier eine zentrale Stelle, das heißt, er wehrt sich ein bisschen gegen seine inneren Unruhen beziehungsweise seine inneren Umstände. Dann geht er aus dieser ganzen Szenerie raus, auch die Beliebtheit des Stückes wird hier nochmal charakterisiert mit der voll besetzten Reihe und, ähm, ja, er geht einfach aus dem Theaterstück raus, nimmt seinen Mantel entgegen, das heißt, es ist immer noch etwas kälter in London und, ähm, ja, er geht wieder in den Pub. Das heißt, hier haben wir dieses wiederkehrende Motiv des Alkohols, denn Pub natürlich direkt verbunden mit Bier beziehungsweise, ja, alkoholischen Getränken und dementsprechend haben wir hier erneut den Rückfall des Protagonisten Gottfried Clausen in, ähm, einen sehr negativen Zustand, in den Zustand, wo er sich selbst ein bisschen, ähm, mitleidig wird. Er weiß nicht so richtig, wie der Zustand mit seiner Frau ist. Er kann die Situation nicht mehr richtig einordnen und dementsprechend, wie wir es zuvor auch hatten, das Glas Whisky in Szene 4 und jetzt eben in Szene 5 der Pub. In Szene 6 haben wir dann darauf folgend natürlich noch mal ein Motiv. Um das Motiv aber, ja, herauszufinden und, äh, damit möchte ich die Szene 5 beenden, würde ich euch bitten, einfach im Video, ja, rund um die Szene 6 vorbeizuschauen. Da haben wir nämlich auch noch mal eine abschließende, ähm, da haben wir nämlich auch noch mal eine abschließende Analyse des gesamten Stücks verfasst und falls euch das interessiert, guckt da einfach vorbei. Ansonsten haben wir auch noch Videos rund um die Charakterisierung Gottfried Clausens, die Figuren, Konstellationen und viele weitere Deutungen. Das soll es aber auf heutigen dem heutigen Video gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und Willkommen hier zu einem neuen Video von Selbstorientiert. Heute soll es mal um die finale und letzte Szene des Buches Das Haus in der Dorotheenstraße Szene 6 gehen. Dabei wünschen wir euch viel Spaß beim Video. Let's go! Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Das unterstützt den Kanal einfach riesig und ist super wichtig dafür, dass unser Kanal weiter wachsen kann. Ansonsten haben wir auch noch mal eine kleine Lernhilfe zu dem Thema auf Amazon veröffentlicht. Guckt einfach in den ersten Link in der Videobeschreibung und jetzt würde ich sagen let's go mit dem Video. Ja, das freut uns natürlich riesig, dass ihr euch wieder für uns entschieden habt und bei uns ein bisschen vorbeischaut. Heute soll es wie gesagt um die Szene 6 gehen. Dabei ist das die letzte Szene der Novelle Das Haus in der Dorotheenstraße. Das Ganze wurde verfasst von Hartmut Lange und in Szene 6 haben wir sozusagen die finale Wendung. Wir ordnen das Ganze noch mal kurz ein. Wir haben bereits schon viele Videos gemacht. Szene 4, 5, 3, 2, 1 haben wir natürlich auch schon analysiert. Also falls euch das interessiert guckt da gerne vorbei. In Szene 5 um das noch mal kurz zusammenzufassen damit ihr jetzt nicht das ganze Video gucken wollt falls euch das interessiert natürlich gerne vorbeigucken aber um es kurz einzuordnen ist Gottfried Clausen aufgrund des Ausbruchs in Grimmshütten eben frustriert. Außerdem hat er ja nicht nur nicht nach Berlin fliegen können sondern er ist eben auch mit Senja hat sie angerufen und da war eine Männerstimme die ihm geantwortet hat das Ganze stürzt ihn so ein bisschen in Verzweiflung. In Szene 6 haben wir dann am Anfang erneut die Zitation des Spruchs von Othello Put out the light Diese Ausforderung ging Clausen eben nicht mehr aus dem Kopf das Ganze wird auch am Ende der Szene noch mal eine Rolle spielen dementsprechend hier schon mal so ein bisschen die Referenz zu vermerken. Er wird jetzt nun dargestellt dass er fahrig wird dass er eben nicht mehr jede Frage beantworten kann und seiner Sekretärin auch so ein bisschen zur Last fällt er gibt jetzt Ratschläge und diktiert Texte die er dann wieder löschen möchte und er beginnt schlampig zu recherchieren und das Ganze natürlich auch als finale charakterliche Wechselung des Ganzen zu sehen das heißt zunächst war Gottfried immer charakterisiert als jemand der viel arbeitete und eben auch sehr genau recherchierte das auch bis zuletzt in Szene 4 nun haben wir aber eben diese schlampische Recherche und jetzt ist er sozusagen auch auf die privaten Affären der Abgeordneten fokussiert er geht nicht mehr so richtig auf das Ganze ein sondern er geht auch auf die Londoner Straßen ein was sich da auf diesen Jahreszeiten passiert obwohl er ja für die Wirtschaft verantwortlich ist das heißt seine Berichte beziehen sich nicht mehr so richtig auf das was er ja zunächst eigentlich recherchieren sollte worauf er zunächst spezialisiert und jetzt geht er ja oder schreibt dann einen Brief an die Berliner Redaktion wo er beschreibt wie das Wetter in London ihn ja so ein bisschen frustriert wie die Umgebung verwischt und wie das Ganze eben dazu führt dass man nichts mehr so richtig wahrnimmt die Dinge seien bis zur Unendlichkeit entfernt und ja in Berlin war das Ganze natürlich kommt das Ganze natürlich nicht gut an Gottfried Clausen wird da ja zwar sehr geschätzt aber natürlich ruft der Chefredakteur ihn relativ bald auch daraufhin an und fragt ihn verzweifelt warum schickst du uns dieses Zeugs das heißt hier sehen wir diese Verbindung die durchaus zwischen Chefredakteur und Gottfried Clausen herrscht die beiden kennen sich schon länger sie duzen sich und Clausen ist relativ direkt zu ihm er sagt ich muss weg von hier das Telefongespräch dauert länger man versucht ihm noch zu erklären wie er so ein bisschen auch in London die Zeit genießen kann obwohl es eben regnet also man versucht das Problem von ihm zu lösen Clausen erklärt daraufhin welche Probleme er hat auch dass er nicht in Urlaub fliegen konnte das Gespräch mit Szenia lässt er weiterhin bei sich selbst hier sehen wir auch so ein bisschen die innere Unzufriedenheit die er nicht nach außen hin trägt das heißt er zerstört sich so ein bisschen im Inneren das Ganze lässt sich dann auch mit dem Eisbergmodell von Sigmund Freud erklären das schon mal kurz hier erwähnt Eisbergmodell eben dass man das Unbewusste ständig verdrängt und dass letztendlich auch die Triebe des Es auf einen Charakter einwirken können sodass das in der Inbalance der Körper zugrunde geht das aber hier nur als einziger Deutungsansatz der muss natürlich weiter ausgeführt sein falls euch das interessiert guckt da gerne nochmal genauer nach wir werden dazu sehr wahrscheinlich in nächster Zeit auch noch ein Video veröffentlichen ich muss weg von hier sagt er ganz explizit dementsprechend Gottfried Clausen ein frustrierter der letztendlich nicht mehr weiterhin in der Londoner Redaktion aushalten möchte man ist sich noch zunächst unklar wohin er denn möchte und er sagt wenn man sich mit der Gegend nicht anfreunden kann dann wird man selbst verwiesen und so sei das Ganze auch hier Gottfried Clausen besteht dann aber auch darauf London so schnell wie möglich zu verlassen trotz eben dieser ganzen Erklärung des Chefredakteurs der ihnen ja zunächst erklären möchte was man noch machen könnte es ist ihm völlig gleichgültig wohin er darauf hingeht er hat die Idee nach Island zu fahren denn dieser Grimms Wöten der eben ja der Ausdruck oder der Grund war warum er eben nicht nach Berlin konnte interessiert ihn das muss ein Aschefeld sein das alles unter sich begraben hat das heißt er ist so ein bisschen auch eine düsterere Atmosphäre die wir jetzt hier sehen die zunächst eigentlich gar nicht zu dem Charakter von Gottfried Clausen pack passt und dementsprechend ja hier einmalig ist dieses völlig gleichgültig zeigt eben auch dass er gar nicht die Idee hat wieder zurück nach Berlin zu kommen er möchte sich von Zenia entfernen er nimmt seinen eigenen Zustand so dass das Ganze in der Selbstdestruktion endet er nimmt das Ganze als beendet er möchte nicht mehr mit Zenia in Kontakt treten zunächst scheint die Situation beendet und damit wird auch der direkte Kontakt hier in der Novelle mit Gottfried Clausen beschrieben und wir wechseln jetzt in eine indirekte Deskription In dieser indirekten Deskription finden wir dann die Beschreibung der Umstände und es stellt sich so ein bisschen die Frage jetzt ist eben der Erzähler tritt mehr und mehr in den Vordergrund das sehen wir so ein bisschen an der rhetorischen Frage und das Haus in der Dorotheenstraße was natürlich auch zur Leserlenkung eingesetzt wird er stellt die Frage ob Clausen nicht weiterhin mit dieser wachsenden Zuneigung zu dem Haus in der Dorotheenstraße ob er da nicht wieder hin möchte Grund genug hätte er nicht nach Island zu fliegen sondern nach Berlin sich das Ganze wieder anzugucken und es stellt sich eben die Frage ob Gottfried Clausen so wie die Verhältnisse sich auch entwickelt haben also das wird dann von dem Autor beziehungsweise von dem Erzähler auch hier aufgegriffen ob er überhaupt noch auftauchen könnte um wenigstens seine persönlichen Sachen mitzunehmen das heißt es ist schon ohne Frage dass die Beziehung zu Xenia beendet ist eine langjährige Ehe die hier eben in die Brüche geht und eben ein sehr unschönes Ende findet das finale Ende wird aber offengelassen das auch ein typisches Merkmal einer Novelle wir haben ja da bereits ein Video zu veröffentlicht was die Merkmale einer Novelle innerhalb dieses Buches innerhalb dieses Werkes auch sind und ja final weiß keiner so richtig was geschehen ist das wird hier auch klar gesagt was letztendlich geschah wir wissen es nicht allerdings wird dann ja undeutlich beschrieben dass an einem Abend auf der Nathanbrücke jemand stand guckt sich das Haus an und jemand ist eben dann in dem Haus in der Dorothenestraße man hört immer wieder einen Frauen lachen und derjenige oder die Frau die dort lacht so schreibt der Erzähler es hier sollte sich nicht allzu sicher fühlen denn und dann wird es beschrieben kommt jemand der mit dem Auto vorfährt und noch einen Schlüssel besitzt das ganze ist natürlich hier nicht final ausgedeutet aber es lässt sich annehmen dass hier davon ausgegangen wird dass Gottfried Clausen die Schlüssel hat das liegt einfach nahe er war hier zu Hause hatte also alles Recht das zu tun was er für nötig befand und es endet mit dem finalen Absatz und hier haben wir die Verwendung dieses wichtigen Zitats von wir haben hier diese anonymisierte Form wobei aber eben davon auszugehen ist dass er eben synonym für Gottfried Clausen ist put out the light und man hört eben nichts mehr im Haus erlöschen alle Lampen das Haus lag in völliger Dunkelheit und hier dann wieder die finale Ding Symbolik das Haus zunächst eben schon bereits beschrieben dass einiges bröckelt und einiges eben nicht mehr intakt ist aber jetzt liegt das Haus in völliger Dunkelheit die Ehe ist beendet Gottfried Clausens Charakter ist final destruktiv zerstört worden man ist sich zwar nicht ganz sicher was jetzt mit den beiden passiert ist was mit Gottfried Willkommen zu einem neuen Video hier von selbst orientiert heute widmen wir uns dem Haus in der Eurothen Straße und fassen das ganze nochmal zusammen dabei ist das die etwas längere Version wir haben bereits eine kurze Version geschaffen guckt da gerne vorbei falls euch das interessiert aber jetzt soll es losgehen mit der längeren Version wir würden uns riesig freuen wenn ihr ein Abo da lasst das unterstützt den Kanal einfach riesig und ist super wichtig dafür dass unser Kanal weiter wachsen kann ansonsten haben wir auch noch mal eine kleine Lernhilfe zu dem Thema auf Amazon veröffentlicht guckt einfach in den ersten Link in der Videobeschreibung jetzt würde ich sagen let's go mit dem Video Vielen Dank dass ihr wieder eingeschaltet habt und zwar wollen wir uns ja heute den sechs Kapiteln von das Haus in der Dorotheenstraße widmen dabei wurde das Ganze im Jahre 2013 veröffentlicht vom Autor Hartmut Lange dabei ist das auch eine Novelle falls ihr euch für eine Konkrete Interpretationshilfe bzw. Lektürenhilfe interessiert das Ganze könnt ihr kostengünstig auf Amazon erwerben kostet 3,99 und wir haben da wirklich all unser Wissen reingepackt das heißt ihr findet da eine Zusammenfassung ihr findet die Figuren Konstellation ihr findet aber auch hilfreiche Tipps für eine Klausur genauso wie eben Interpretationsansätze zur Novelle wie ist Gottfried Klausen zu werden wie ist die Dingsymbolik das Leitmotiv und eben auch vieles anderes und falls euch das interessiert guckt da gerne in den ersten Link in der Videobeschreibung bzw. in die Kommentare rein wir haben da wirklich eine tolle Amazon Lernhilfe es haben auch schon einige sich gekauft dementsprechend vielen Dank dafür eure Unterstützung dann würde ich sagen let's go direkt mit dem Video und zwar wollen wir uns direkt dem ersten Kapitel zuwenden und hier passiert sozusagen eine klassische Exposition könnte man fast sagen denn hier wird die Szenerie der Novelle zunächst vorgestellt das Haus was dargestellt wird liegt am Teltowsee das ist in der Nähe von Berlin und hier wird bereits erstmalig das Ehepaar Klausen erwähnt denn das lebt in einer Villa in diesem Haus am Teltowkanal welches sich in der Natur befindet das Haus wird beschrieben als Rückzugsort und Schutzort für das langjährige Paar die beiden kennen sich schon seit der Schulzeit sind schon lange zusammen das Ganze liegt abseits des Trubels also es liegt zwar in der Nähe von Berlin hat aber dennoch eine sehr ruhige Lage dementsprechend ja ein sehr wunder pool gleichzeitig wird dann Gottfried Clausen der Protagonist des ganzen Werks beschrieben er ist ein angesehener Redakteur wird eben von seinem Chefredakteur sehr bewundert für seinen akribischen Arbeitsstil aber gleichzeitig auch von seinen Kollegen sehr angesehen dabei dabei hat er hat mehrere Auslands Erfahrungen er ist Korrespondent und zum Beispiel hat er in Rom gearbeitet hat aber auch in Madrid gearbeitet also viele Auslands Erfahrungen sammeln können und kann dementsprechend auch mehrere Sprachen sprechen hier ist davon auszugehen dass er eben Spanisch Italienisch Englisch und Deutsch kann ob es weitere Sprachen sind und wie das Sprachlevel ist wird jedoch nicht erwähnt er wird dann aufgefordert in London zu arbeiten das heißt er soll als Korrespondent nach London gehen für diese große überregionale Tageszeitung und soll dort arbeiten das ist auch der zentrale Konflikt des Werkes dann wird seine Ehefrau beschrieben die heißt Senia Clausen und sie beschließt dass sie in Kohlhasenbrück bleibt also dem Zuhause der beiden da wo das Haus eben steht die Villa steht und dennoch unterstützt sie eben die Pläne von Gottfried Clausen und verabschiedet ihren Mann eben glücklich nach mit den Wunschen auf ein baldiges Wiedersehen nach London das Ganze wirkt sehr harmonisch im ersten Kapitel die beiden Brat schlagen auch noch auf ja über diesen Trip nach London und damit ist das erste Kapitel bereits beendet kommen wir nun zum zweiten Kapitel hier erregnet sich folgendes Gottfried ist jetzt in seiner Wohnung angekommen er ist eben in London und arbeitet sich auch schnell ein es offenbart sich aber schnell dass seine Frau gar nicht so schnell kommen kann und sie wird auch in den nächsten sechs Wochen nach dem Umzug nach London eben nicht kommen deswegen hinterfragt sich Gottfried das erste Mal ist das wirklich die richtige Entscheidung gewesen die Redaktion zu wechseln und hat Einsamkeitsgefühle denn er fühlt sich einfach nicht mehr so richtig wohl wie es früher war als er diesen Rückzugsort in der Nähe von Berlin hatte eben das Haus in der Dorotheenstraße was er jetzt eben verlassen musste Gottfried erledigt seine Aufgaben allerdings ja sehr gewissenhaft die Artikel über die Wirtschaft zu schreiben das ist seine Arbeit und er verfällt wie es beschrieben wird in einen Trott aus Arbeit das heißt in den täglichen Arbeitswahn sozusagen dass er einfach täglich arbeitet und gar nicht mehr so richtig die Tage wahrnimmt Gottfried ist dann in den folgenden Tagen ein Besucher der Tragödie von Othello von Shakespeare also und nimmt diese als nicht glaubwürdig wahr falls ihr euch jetzt nochmal genau damit beschäftigen wollt was die Tragödie von Othello ist und wie das Ganze in dem Kontext steht das können wir jetzt an der Stelle nicht machen wir würden euch dazu empfehlen vielleicht einfach in unserer Lektürenhilfe zu gucken beziehungsweise das Ganze kurz einfach nachzulesen Gottfried beschließt dann natürlich nachdem das Stück zu Ende ist so wie jeden Abend seine Frau Senja anzurufen das macht er einfach um Kontakt zu halten um sich nicht ganz so einsam zu fühlen desselange ihre Paar eben sehr eng verbunden allerdings ist sie erstmalig nicht gegenwärtig und Klausen denkt sich es wird wohl nicht so schlimm sein es kann ja mal sein dass dieses Telefonat ausfällt und dementsprechend lässt er es bei dem einen Anrufversuch und geht dann schlafen überraschend ist allerdings dass noch im zweiten Kapitel Gottfried mitten im Schlaf aufwacht und er ist geprägt von Unwissenheit er weiß gar nicht wieso er nicht mehr mit Senja sprechen kann und wieso das alles das lässt ihn sehr brach liegen er ist erstmalig nicht mit Senja gesprochen das ist so eine richtige Ungewissheit das heißt erstmalig in der ganzen Novelle sehen wir dass Gottfried so ein bisschen aus der Übung kommt ein bisschen aus seinem Trott rausfällt aus dieser idealen harmonischen Welt herausfällt und im dritten Kapitel ereignet sich dann folgendes und zwar telefoniert er am nächsten Morgen mit Senja er muss dieses Gespräch einfach nachholen weil er es in der Nacht ihn ja keine Ruhe gelassen hat und dementsprechend überdenkt er auch nochmal seine Situation berichtet Senja davon dass er eine Wohnung gefunden hat an der Gover Street in der Nähe mitten in London soll 3000 Pfund kosten dabei berichtet er eben dass er von der Redaktion dazu auch Geld zubekommen würde also es ist kein monetäres Problem was die ganzen Protagonisten in der Situation haben allerdings sagt er auch dass diese Wohnung dann in den nächsten Wochen bezogen werden müsste das heißt dass die Unterschrift da sein müsste und dementsprechend übt er sozusagen einen Druck auf Senja aus dass sie umziehen soll Senja reagiert allerdings zögerlich und erklärt ihr fehlen beim Telefon hat gar nicht also sie erklärt gar nicht warum sie gestern Abend nicht da war nicht gegenwärtig war das Telefon nicht abgenommen hat vereinbart aber dass sie schnellstmöglich nach London kommt und eben dorthin fliegt um dann die Wohnung zu besichtigen und es scheint so als würde sie bald eben nach London kommen dort sich die Wohnung angucken und dann das ganze dazu führen dass sie dann friedlich in London leben Senja soll dann eben einen Flug nach London am Sonntag nehmen das ist noch ein paar Tage hin und dann finden wir einen Zeitsprung im dritten Kapitel vor denn nun erwartet Gottfried sie bereits am Flughafen Heathrow mit ein wenig Aufregung und einem Blumenstreit aus Feilchen hier keine Rosen Feilchen ein interessantes Stilmittel was wir jetzt hier nicht analysieren wollen aber wir weisen einfach mal schon mal darauf hin Gottfried ist eben ganz verrückt ist blind vor Liebe könnte man fast sagen denn er fokussiert sich nahezu nur auf die Ankunft seiner Frau ist erstmalig mal wieder richtig nervös denn man kann sich vorstellen hat seine Frau seit über sechs Wochen Ausgängen vom Gepäckband und er wartet seine Frau eigentlich relativ zügig das Flugzeug ist gelandet in dem sie sein hätte müssen sie hatten jetzt vorher auch nicht mehr telefoniert und sie soll eigentlich relativ schnell rauskommen denn sie hat nur Handgepäck was allerdings passiert ist nach und nach kommen immer mehr Leute auch die Leute mit einem Gepäckstück er geht zunächst davon aus sie hat vielleicht auch ein Gepäckstück aber das ist es nicht denn tatsächlich kommt sie nach über einer Stunde immer noch nicht deswegen bestieft Gottfried sie anzurufen er ruft seine Frau an und ihm antwortet allerdings nicht seine Frau sondern eine undeutliche Männerstimme er nimmt das Ganze sehr wie er war er ordnet das aber zunächst als Zufall ein und überdenkt das Ganze dann insofern dass er überlegt ob die Entscheidung die falsche war denn vielleicht sollte er gar nicht seine Frau zu etwas zwingen was die er nicht wollte er spricht das hin ja auch eben dazu dass sie von Anfang an eher in Berlin bleiben möchte dass sie die Villa nicht alleine lassen möchte weil sie das Haus nicht so gerne in der Natur alleine lassen möchte dementsprechend überdenkt er nochmal die Entscheidung da so aufdringlich gewesen zu sein und beschließt von nun an mehr zu seiner Frau zu fliegen dementsprechend dass das Ganze sozusagen als sehr positiv einordnet er davon überzeugt ist dass sich für diese Situation bestimmt eine Lösung finden lässt und dementsprechend belässt er es auch dabei fährt wieder zurück nach hause hat aber die ganze Zeit noch dieses Gespräch im Kopf denn er hat mit senior telefoniert und dann hört er diese undeutliche Männerstimme ordnet das aber dann letztendlich doch so ein dass das wohl einfach er sich verwählt hat und dementsprechend das Ganze ja eigentlich unnötig ist er spricht da auch nicht drüber in einem abschließenden Gespräch spricht er nochmal mit senior und vereinbart dann eben bald nach Berlin zu fliegen und dementsprechend verbleiben sie so das dritte Kapitel findet hier eben ein Ende wir sind nun in der Hälfte angenannt und wir ziehen kurz Zwischenbilanz Gottfried also am Anfang nach London gezogen nun hat er dort seine Residenz gefunden ist allerdings nicht ganz zufrieden mit der Situation möchte dass seine Frau zu ihm kommt beziehungsweise er vermisst seine Frau und deswegen ist er jetzt beabsichtigt nach Berlin zu fliegen und deshalb nimmt er sich im vierten Kapitel dann auch eine Woche zu verreißen das Ganze ist dann eben so dass er sich diesen Plan in den Kopf setzt arbeitet alles weg sodass er keine Arbeit hat er ist ja wirklich sehr gewissenhaft und sehr zuverlässig dementsprechend möchte er auch das Bestmögliche bei seinen Kollegen erreichen allerdings ist das Problem dass der Plan von einem Vulkanausbruch unterbunden wird denn er ist am Flughafen es wird dann aber er riecht relativ schnell und dann am Flughafen sieht er dann dass alle Flüge letztendlich gestrichen werden viele ja unruhige Menschen am Flughafen und der gesamte Flugverkehr über England liegt still weil ein Vulkan ausgebrochen ist nicht in England selbst sondern in Island Gottfried ist dann natürlich extremst enttäuscht nachdem der Flug dann nach Berlin final gestrichen wird und deshalb überlegt er natürlich kurzerhand ruhig zu bleiben er ist der Typ der sich jetzt wirklich aufregt sondern er ist eben dann davon überzeugt kurz mit Xenia zu sprechen die Lage zu sondieren ihr das kurz zu erklären so wie wir es immer gemacht haben wir haben das ja schon vorher gesehen Gottfried sichert sich sehr oft ab und so möchte er es auch jetzt machen allerdings ist es wieder das ganz komische er ruft Xenia eben überraschend an und er hört zunächst erneut die Männerstimme und dann das ist das Spannende er hört nicht nur die Männerstimme die er sich ja vielleicht noch einbilden könnte er hört auch Xenia die sich darüber amüsiert das heißt hier ist bereits erstmalig eine ja ein Bruch der Beziehung zu sehen eine Entschuldigung folgt nämlich nicht die das Telefonat wird einfach beendet und seine Frau ruft ihn jetzt auch nicht neu an und er ist sicher dass er das Ganze nicht verwählt hat dass er sich da auf keinen Fall täuschen kann und dementsprechend ist er sogar sehr enttäuscht am Ende dieses vierten Kapitels allerdings ist das jetzt auch sozusagen der Bruch des gesamten Stückes im fünften Kapitel führt es dann nämlich dazu dass Gottfried eine komplette Wesensveränderung durchläuft sozusagen er ist nun komplett anders er nimmt die Umstände komplett anders wahr und ist eben damit konfrontiert dass seine Frau ihn eventuell betrügt er hat einfach diesen Verdacht dass seine Frau ihn betrügt und das natürlich der negative Verdacht den Gottfried hier einfach spürt und dementsprechend nimmt er die Umstände des Vulkanausbruchs eigentlich kaum wahr denn er beschäftigt sich maßgeblich einfach nur noch mit den merkwürdigen Ereignissen rund um die beiden Telefonate er ist sich sicher er hat sich nicht verwehlt er hat beides mal diese Männerstimme gehört er ist sich im fünften Kapitel eigentlich schon sicher seine Frau betrügt ihn und dementsprechend in dieser Situation ist er so am Boden zerstört möchte sich mit einem Stück aus der Oper nochmal aufhellen aber was macht er er geht wieder in die Vorstellung von Othello er geht wieder zu dem Stück von Shakespeare allerdings beim zweiten Mal kann er sich dieses grausame Stück nicht angucken wo er vorher noch geklatscht hat wo er vorher noch überzeugt war voller Enthusiasmus eben das Stück sich angeguckt hat sondern er ordnet dieses bereits nach dem vierten Akt als geschmacklos ein dementsprechend haben wir hier auch einen Wandel den wir ganz klar auch einfach in simultan Situation sehen in dem zweiten Kapitel in dem er da war hat er das noch ganz anders wahrgenommen als in dem fünften Kapitel in dem Gottfried das Ganze ja sozusagen besorgt verlässt und die Vorstellung von Hoteller einfach nicht mehr richtig wahrnehmen jetzt führt das dann dazu dass Gottfried eben in einen Pub geht er möchte die Situation nachdenken hier der Pub sicherlich auch verbunden mit Alkohol dementsprechend dass er einfach in einer sehr negativen Situation ist sich einfach dazu berufen führt dass die ganze Situation so negativ ist dass er das ja nahezu schon vergessen möchte und mit dieser Situation in der Ausgangssituation kommen wir dann ins nächste Kapitel Gottfried hat inzwischen schon den Glauben an seine Frau aufgegeben es geht gar nicht mehr richtig um seine Frau sondern er wird ungewohnt unzuverlässig das heißt vorher hat er ja sehr gewissenhaft gearbeitet jetzt wirkt er eher verwirrt und kann seine Arbeit nicht mehr konsequent durchführen er gibt seine Sachen nicht mehr rechtzeitig ab und darunter leidet natürlich auch Gottfrieds Ansehen in der Heimatredaktion denn sein Chefredakteur spricht mit ihm möchte ihn auch ein bisschen wieder motivieren aber all das stimmt nicht denn bringt nichts denn Gottfrieds Ansehen leidet einfach auch darunter dass er jetzt unzuverlässig ist dass er verwirrt wirkt und dementsprechend ist es auch kein Wunder als den Chefredakteur dann die Nachricht erreicht dass Gottfried London verlassen möchte zuvor hat er jetzt ja schon von vornherein nicht so richtig gemocht zwar hat er die Idee dahin gehen zu gemocht aber dann nach sechs Wochen wollte er schon gar nicht mehr dahin gehen dementsprechend jetzt die finale steigerung er möchte das ganze verlassen und er schlägt vor nicht etwa zurück nach Berlin zu gehen nein das Interessante ist dass er sich gänzlich unwohl fühlt in London und im folgenden lieber nach Island verreisen möchte das heißt er möchte dahin gehen wo der ausbrechende Vulkan ist präsentiert dem Chefredakteur auch schon seine Idee von einer guten Reportage er möchte sich den ausbrechenden Vulkan angucken alles was dort unter Asche ist also eine sehr negative Stimmung die jetzt hier hervorgerufen wird das Ganze ein komplett anderer Mensch sozusagen als der Mensch der nach London aufgebrochen ist und damit endet auch schon die Beschreibung von Gottfried Clausen Gottfried wird also sozusagen als komplett negativer Mensch fast depressiver Mensch dargestellt der sich von seiner Frau abgekuppelt hat dem eben etwas verloren gegangen und dann kommt noch eine rätselhafte letzte Szene und über diese streiten sich viele die Interpretation soll sein aber wir wollen schon mal anmerken dass diese Szene eben nicht klar einzuordnen es also sehr strittig ist denn abschließend wird das Haus in der Dorotheent Straße dargestellt eben als Ort an dem Gottfried sich jahrelang gerne aufgehalten hat und nun allerdings nicht mehr leben möchte es ist ein negativ konnotierter Ort in dem er einfach nur negative Verbindungen zu dem er nur negative Verbindungen hat und dementsprechend möchte er komplett von diesem Lebenswerk von diesem was er dort einfach aufgebaut hat sich distanzieren und geht dementsprechend ja von dem Haus weg und in einem offenen Ende betritt eine unbenannte Person also eine nicht namentlich genannte Person das Haus in der Nacht dabei ist das Auffällige dass genau am Ende ja eben das Ganze endet mit einem Satz der eben von dieser Person geschrien wird die da einfach nachts in das Haus sozusagen einbricht obwohl sie einen Schlüssel hat es wird gesagt die Person hätte einen Schlüssel und dementsprechend fühlt sie sich auch so als wenn sie da rein dürfte und es wird gesagt put out the light und das ist eben einer der finalen Sprüche aus der Tragödie von Shakespeare also von Othello und dementsprechend liegt halt die Verbindung Gottfried Klausens nah weil er sich das zweimal angeguckt hat und hier auch seine Meinung drüber geändert hat dementsprechend hier ein ganz spannendes Ende was wir auch sehen was auch viel Deutungspotenzial offen lässt und damit soll es das von diesem Video gewesen sein wenn ihr es bis hierhin geschafft habt dann lasst mir gerne einen Kommentar da es würde mich auch riesig freuen wenn ihr einfach mal schreibt dass ihr es bis hierhin geguckt das wäre eine riesen Motivation für mich dass Leute wirklich so lange Videos von mir gucken und dementsprechend soll es das hier an der Stelle gewesen sein falls ihr wirklich so ausführliche Analysen beziehungsweise Zusammenfassungen bekommen wollt da ihr habt sicherlich gesehen dass wir hier durchaus sehr gewissenhaft arbeiten und wir würden uns einfach riesig freuen wenn ihr uns unterstützen würdet und auf Amazon gehen würdet einfach mal das Buch kaufen könntet dabei sind wir natürlich immer offen für Kritik lasst uns da auch gerne eine Rezension da ansonsten soll es das gewesen sein lasst mir mal ein Like da abonniert den Kanal kommentiert nicht vergessen und dann soll es das für dieses Video gewesen sein vielen Dank fürs Zuhören wir sehen uns beim nächsten Mal wieder haut rein guckt auch gerne bei den anderen Videos vorbei und ciao 20 20 1 2 3 4 5 5 7 2.